Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und diesmal habe ich den Katzenreporter ein bisschen weiter weg geschickt, nämlich nach Florida. Es gibt endlich Neuigkeiten von Claudia Norberg. Es ist schon ein bisschen her, dass ich über sie hier berichtet habe. Ich verlinke euch das Video einmal hier oben. Denn da ging es darum, dass sie einfach verschwunden ist. Einfach weg, hokus pokus, weg ist sie. Und jetzt ist sie aber insofern wieder aufgetaucht, dass die Bild recherchiert hat. Und jetzt sind einige Sachen ans Licht gekommen, die will ich euch nicht vorenthalten. Wenn ihr nicht wisst, wer ist Claudia Norberg? Es ist die Ex von Michael Wendler, die quasi beide in Florida leben. Das mal so am Rande erwähnt. Besonders interessant sind auch ihre Schulden hier in Deutschland. Claudia Norberg hat in Deutschland 3 Millionen Euro Schulden. Das ist eine Menge Holz. Das muss man erstmal schaffen. Und darüber werden wir auch sprechen. Der Bericht, über den wir jetzt reden, der ist circa 6 Tage alt. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber jetzt habe ich ihn für euch. Und deswegen schalten wir einmal rüber. Und wenn du sagst, Mensch Danny, das ist genau die richtige Information, genau die richtige Portion Trash, dann würde ich herzlich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Wir schalten einmal rüber nach Florida, um ganz genau zu sein zur Bild. Denn die haben es rausgefunden. So herrlich lebt Claudia Norberg mit 3 Millionen Euro Schulden. Ja, und da ist sie schon mit Louis Vuitton Tasche. Da sehen wir sie schon im kurzen knappen Kleidchen. Scheint sie Post sich abgeholt zu haben. Und darum geht es in dem Artikel. Wo ist Claudia Norberg? Sie ist, wie gesagt, in Florida. Und hier geht's los. Im aktuellen Insolvenzbericht an das Amtsgericht Duisburg schreibt ihr Insolvenzverwalter resigniert. Die Schuldnerin, die sich derzeit unter unbekannter Adresse offenbar in Florida auffällt, hat auch weiterhin nicht mit dem Unterzeichner Kontakt aufgenommen. Bereits 2021 hatte der Rechtsanwalt Strafanzeige gegen Claudia Norberg gestellt, weil sie ihm Einnahmen verschwiegen hatte und er diese somit nicht an ihre Gläubiger abführen konnte. Doch die Ermittlungen liefen bisher offenbar ins Leere, eben weil Norbergs aktuelle Melde- und Zustandadresse unbekannt ist. Ja, und hier sehen wir sie nochmal auf dem Parkplatz mit einem Kaffeebecher. Das Bild ist schon ein bisschen bekannter, so wie ich weiß. Und trotzdem scheint sie hier unterwegs zu sein. Genau, das Bild ist 2022 im Mai, also vor knapp einem Jahr. Und wir lesen mal weiter. Ein Gläubiger von Claudia Norberg zu Bild. Es ist unfassbar, wie sich Claudia ihren Gläubigern und ihrer Verantwortung entzieht und wie wenig die deutschen Behörden bemüht sind, Claudia in Florida aufzuspülen und endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Was die Behörden nicht schaffen, hat Bild derweil recherchiert. Claudia Norberg lebt nach wie vor in Cape Coral, Florida. Sie wohnt so mitten in einem Apartment auf dem schicken Santa Barbara Boulevard. Ihr eigenes Haus ist für 6.000 Dollar im Monat an jemanden vermietet, der im vergangenen Jahr sein Haus während des Hurricanes verloren hat. Und hier haben wir mal ein Bild. Und Claudia hat sogar einen gut bezahlten Job. Sie arbeitet als Immobilienmanagerin für Wishys Florida Home. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Einer der erfolgreichesten Hausverwaltungen in Südwestflorida. Und hier haben wir ein Bild. Ihr ehemaliges Wohnhaus im Zentrum hat Claudia Norberg vermietet. Schaut euch das mal an. Hier kann man so einen kleinen Einblick bekommen. Wir sehen ein Sofa hier. Wir sehen ein Pool hier im Hintergrund. Das scheint schon wirklich echt schön zu sein, so wie ich das jetzt empfinde. Schade, dass wir nicht mehr Bilder haben. Das sieht aber erstmal ganz gut aus. Doch von ihren sprudelnden Einnahmen sehen ihre Gläubiger nichts. Bei der Staatsanwaltschaft Duisburg heißt es seit zwei Jahren, die Ermittlungen dauern an. Immerhin, vor nur kurzem gab es ein Lebenszeichen von Claudia Norberg aus Amerika. Und jetzt haben wir das Lebenszeichen. Im Gerichtsstreit ihres Ex-Michael Wendler mit der Musikverwertungsgesellschaft GEMA um die Rechte an 176 seiner Songs war Claudia Norberg eigentlich als Zeugin geladen. Doch auch hier erschien sie nie. Allerdings schickte sie eine eidesstattliche Versicherung, die den Prozess demnächst zu Michael Wendlers Gunsten ausgehen lassen könnte. Norberg schreibt, ich habe keinen einzigen Liedtext und auch keine einzige Musik komponiert oder getextet, die von meinem Ex-Mann gesungen wurde. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Musik komponiert und noch nie einen Liedtext getextet. Zitat Ende. Ja, und hier haben wir die aktuellen Schlagzeilen um Michael Wendler und Laura Müller. Das sparen wir uns heute mal. Und machen noch hier einen kleinen Absatz weiter. Bis 2016 hatte Claudia die Tanzieme bei der GEMA als angebliche Autorin der Wendler-Hits abkassiert, weil ihr Mann zu der Zeit insolvent war. Als sie dann später insolvent ging, gab sich der Wendler wieder als Verfasser der Songs aus. Die GEMA wollte den Fall daraufhin juristisch prüfen lassen, was in einem Prozess gerade geschieht. Seltsam. Die eidesstaatliche Versicherung von Claudia Norberg, die BILD vorliegt, enthält keine aktuelle Adresse von ihr. Auch eine Büroadresse ihrer angeblichen Notarin ist nicht angegeben. Selbst die E-Mail-Adresse lässt keine Zustellung oder Rückverfolgung hinzu. Tja, durch die eidesstaatliche Versicherung wird das Gericht vermutlich für Michael Wendler die strittige Summe geschätzt 50.000 Euro freigeben. Doch ob die in die Tasche des Sängers wandert, bleibt fraglich. Denn das Finanzamt dem Wendler eine Million Euro schuldet, hat bereits die Hand auf Wendlers GEMA-Konto. Zitat Ende. Das ist die aktuelle Schlagzeile rund um Claudia Norberg. Fand ich aber sehr interessant, denn viele von euch hatten tatsächlich genau dieses Thema interessiert. Und jetzt gab es endlich mal eine Information, worüber ich mit euch sprechen wollte. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nur so eine persönliche Meinung von mir. Ich kann so bei Steuerflucht immer kotzen. So bei Leuten, die Finanzamtsschulden haben, die irgendwie in ihrem Leben falsch abgedriftet sind. Die Gründe, warum Claudia Norberg 3 Millionen Euro Schulden hat, das ist natürlich auch ein bisschen zurückzuführen auf ihr bisheriges Leben hier in Deutschland. Auch mit Michael Wendler, gar keine Frage. Das ist bestimmt alles ganz, ganz schlimm. Sich aber dieser Verantwortung nicht zu stellen, seine Spuren zu verwischen, Deutschland zu verlassen, in Florida sich ein neues Leben aufzubauen. Aber zu wissen, dass da so ein Berg an Schulden in Deutschland auf sie wartet, finde ich persönlich, das ist aber einfach nur meine persönliche Meinung, absolut schäbig. Ich finde schon, man sollte sich hier in Deutschland seinen Taten stellen. Gerade wie hier, wir kleinen Steuerzahler, wir geben uns täglich Mühe machen und tun, um irgendwie auch was abzugeben. Und wenn man dann hört, Michael Wendler 1 Million Euro Schulden, Claudia Norberg 3 Millionen Schulden, da kriege ich persönlich das Kotzen und wenn ich dann höre, dass es die, ja, die deutschen Behörden nicht schaffen, sie ausfindig in Florida zu machen, aber die Bild schafft das mit Fotos, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, dann geht hier irgendwas schief. Schade, vielleicht aber auch zum Glück hat die Bild nicht den Schießbefehl vom Finanzamt sich darum zu kümmern. Aber grundsätzlich geht hier auch, da wünschte ich mir von den Behörden hier in Deutschland ein bisschen bessere Arbeit, sofern ich das beurteilen kann, um halt genau gegen solche, ja, Steuersünder vorzugehen. Ich finde 3 Millionen Euro ist schon eine heftige Summe und sich da in Florida, ja, es gut gehen zu lassen, das ist für mich der falsche Weg. Dennoch scheint Claudia ein, ja, ein Problem zu haben, wenn sie selber ihr Haus nicht bewohnt, sondern es für 6.000 US-Dollar vermietet und sie selbst in einer Wohnung wohnt, dann scheint sie ja auch in Amerika mit dem Geld nicht so richtig haushalten zu können, obwohl sie bei dieser Immobilienfirma eingestellt ist. Das heißt, sie lebt ja hier schon ein bisschen kleiner, klar, aber dennoch aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Keine schöne Schlagzeile zugegeben über Claudia Norberg, aber mir war es wichtig, dass wir darüber einmal gesprochen haben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen Dank für diese Trash-Informationen, abonniert gerne den Kanal und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie steht ihr zu Claudia Norberg, sagt ihr, nein, nein, sie ist einfach nur vom Leben gebeutet und alles, was ihr auf den Schultern lastet, dafür kann sie gar nichts und das tut euch sehr leid und ihr wünscht ihr alles Gute oder sagt ihr auch, nein, nein, das geht gar nicht. Sie muss sich der Verantwortung in Deutschland stellen, genauso wie ihr Ex-Mann und das erwartet man von ihr und ihr kotzt auch ab bei so einem Thema. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, schreibt sie gerne höflich und freundlich in die Kommentare. Wir verabschieden uns jetzt schon und freuen uns morgen euch wiederzusehen, morgen früh um 8 zum ersten Café, ich werde da sein. Also macht es gut, tschüss.